Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Only Run von Pokémon Kristall mit mir, eurem Duran. Ja, wir haben im letzten Part das rote Garados vernichtet und ich musste die Aufnahme dann leider mal eben abbrechen. Es ist jetzt schon wieder ein anderer Tag. Team Rocket, Team Rocket, Rocket, Rocket. Ne, ich möchte jetzt gerne nochmal wieder ganz zurück. Und zwar würde ich eigentlich jetzt gerne in die Arena von Anemonia City gehen, beziehungsweise mich in diese Richtung begeben. Und vorher möchte ich nach Ducatia City, ich hoffe ja, dass der Coffeur diesmal da ist und bereit ist, mir mein Poke zu verschönern. So, war es richtig. Dass er sich bald dann doch zu einem stattlichen Expert entwickelt. Miao. Weiter geht's. Und das Kurios-Ei ist immer noch nicht geschlüpft. Das ist ja wohl eine Frechheit. Es sind schon Laute zu hören. Ja gut, das liegt natürlich auch daran, weil wir jetzt eine ganze Weile nur mit einem Poke unterwegs waren. Aber, pff, das ist schon echt lang. Oh, das Käfer-Turnius heute, das juckt natürlich keinen. Denn ich brauche keinen Käfer. Das, was ich brauche, ist mein Golbert und mehr nicht. Oh, guck mal. Da will ich mal eben rüber. Eine Rätselbeere. Na gut, die nehmen wir mit. Äh, ist hier noch was. Ist hier nix. Ist gar nix. Fucha. Dafür ist hier auch was und ich seh das nur nicht. Kann ja sein. So, ist jetzt einer von euch da? Da ist er einer. Er ist der Ältere, oder? Ich leite den Pokémon Salon. Ich bin der Ältere und Bessere der beiden. Ach, nice. Dann komm her. Natürlich bei Apokalypse. Sieht glücklich aus. Das ist schön. Das freut mich. Dann ist es auch bald hoffentlich soweit, dass er sich entwickelt. Dann werden wir es in der Arena von Anemonia City auch noch einfacher haben. Aber gut, da müssen wir jetzt natürlich erstmal hinfahren. Ich behalte Karnimani im Team. Da ich, ähm, sowieso den Surfer gleich brauchen werde. Und es deswegen auch direkt mitnehmen kann. Der Laptay. Eisbeere. Naja gut, die nehmen wir mit. Können wir zwar nicht viel mit anfangen, aber, puh, was ist jetzt gar nix, ne? Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Hopp, einmal absteigen. Die ganz normale Beere mitnehmen. Wenn wir sie schonmal mitnehmen, können wir sie auch gleich zum Milktank bringen. Ja, wenn wir schonmal vorbeikommen. Nicht wahr? Oh, du Biest. Kannst du das wagen, meine Apokalypse anzugreifen? Du, 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 du. Du. Ein Milktank? Mööööö. So. Halan wieder eine Beere reinpfeffern. Und wir begeben uns... Oh! Das Ei schlüpft! Was ist es? Was für ein Baby-Pokémon ist es? Ein Fluffaloof! Nice! Fluffaloof ist eigentlich ein ganz cooles Pok. Aber wie gesagt, das ist ein Only Run. Fluffelhoff muss jetzt weg. Hey Fluffelhoff. Kanimani behalten wir. Und surfen jetzt mal. Oh ne, Duellturm muss hier nicht hin. Boah, da haben wir hier viel zu viele wilde Pugs rumlaufen, habe ich ja noch ein paar Schutz, glaube ich. Danke. Jetzt fahren wir, genau, jetzt surfen wir einfach mal ein bisschen hier durch die Welt und uns ein paar Trainer und nötige Erfahrung, die benötigt wird, damit sich Golbert hoffentlich bald entwickelt. Mouchas, gute Verteidigungswerte, hält aber einem Golbert-Flügelschlag dann auch nicht Stand. Wie gesagt, ich versuche natürlich auch alle möglichen Trainer mitzunehmen, denn ich möchte ja wissen, ob es mir gelingt, mein Golbert, beziehungsweise später auch X-Bad auf Level 100 zu kriegen hier. Deswegen sollte ich eigentlich auch keinen Schutz spielen, aber naja. Ich will mal käte. Ja, ja. Ich werde auch, falls wir einem legendären Hund begegnen sollten, den auch angreifen. wahrscheinlich nicht unbedingt töten. Das würde beim ersten Mal nicht klappen, aber draufhauen. Ich hab immer noch nicht geguckt, welcher TMs Golbert kann. Mann. Matschbombe, denke ich, kann der auf jeden Fall. Spätestens X-Bad kann das und das nehme ich auf jeden Fall mit. Das wäre echt geil. So eine richtig epische Attacke hier. Matschbombe. Flatsch. Alles weg. Matschbombe würde echt alles wegflanieren. Ein Schillock. Okay. Und Level 40. Nice. Jawohl. Yes. Apokalypse entwickelt sich. Und hier ist ein pinkes X-Bad. Deine Apokalypse wurde zu X-Bad. Ja, X-Bad ist die Apokalypse schlechthin. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Richtig geil. Da ist es. X-Bad. Nice. Auf Level 40 hat es dann doch geklappt. Boah, was ein Angriffswert und was für eine Initiative. Richtig geil, Leute. Yes. Jetzt muss ich nichts mehr fürchten, denn die Freundschaft... Also es hat tatsächlich... Oh. Sechs Pokémon. Es hat tatsächlich... Ich hoffe mal, der Kuffeur dann doch diesen letzten Effekt gebracht, ...dass der Ältere heute da war. Immerhin. Level 40er X-Bad. Nice. Jetzt geht das Spiel richtig los. Denn jetzt ist jedwede Angst oder Vorsicht abgestreift. Das Goldwort vielleicht noch draufgehen könnte und ich deswegen Erfahrung verpasse. Nein. Jetzt... Geht's richtig ab. X-Bad kann voll gespielt werden. Ich muss mich von niemandem mehr zurückhalten. Nice. Ein Removite. Ja, die geben gut Erfahrung. Petru. Aha. Da haben sich deine Eltern auch geschämt, als sie das gesagt haben. Der heißt jetzt Petru. Atreyu. Unendliche Geschichte, ne? Sternu. Ach ne, Sternu ist ja noch gar kein Psychotyp, oder? Stami ist erst einer. He he. Haha, jetzt müssen wir tatsächlich aber langsam mal überlegen, was wir mit Jasmin machen. Denn... Ähm, Jasmin mit ihren Stahlpokus könnte mir dann doch noch gefährlich werden. Was ich auf jeden Fall unterbinden will. Was könnte ich da tun? Es muss eine Attacke geben, die X-Bad kann, die gut gegen Stahl ist. Da gibt's aber nicht viel. Feuer wird er nicht können. Und Wasser wird er auch nicht können, was wenigstens gegen den Gesteinstyp auch noch effektiv wäre. Bodenmoves? Kann X-Bad Lehm schelle? Ist wahrscheinlich nicht, aber wir gucken nachher mal nach, was für Fähigkeiten er dann bekommt für den Fight gegen Jasmin. Erstmal steht ja sowieso, ähm, sag mal schnell, wer steht denn noch? Norbert bevor, beziehungsweise Team Rocket. Ob ich Norbert Feuer mache, weiß ich noch gar nicht. Das entscheide ich dann... Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Das entscheide ich dann spontan. Wenig Feuer mache. So, hier nochmal rumfahren. Rumfahren ist auch gut. Ach man, immer zurückgesetzt hier, Schutz. Viele Trainer gibt's hier glaube ich nicht mehr. Da ist noch eine. Und oben sind glaube ich auch noch zwei, drei Trainer. Aber die nehme ich auf dem Rückweg einfach mit, die hole ich mir dann. Oder, ach komm, dann machen wir's jetzt. Dann müssen wir nicht auch noch zurückfliegen und zurücksurfen und hast du nicht gesehen. Das machen wir jetzt in einem Abwasch. Und dann gehen wir nach Anamonia City und holen uns den nächsten Orden, den fünften. Mit Apokalypse in diesem Format sollte es gar nicht schwierig sein. Ne, da sollte uns eigentlich keiner aufhalten können. So, hier müssen noch zwei, drei Trainer sein. One. Ja, ja, du willst Erkundungen anstellen, mach das mal. Dann siehst du ganz zufällig, dass Lugier da rumfliegen. Oh, wie schön. Luftstoß, Boomtot. Wie unvorhersehbar. Ach, und wer noch euch fragt, hol Duran, holst du dir den EP-Teiler. Äh, wozu? Nein. Nein. Den EP-Teiler brauche ich absolut nicht. Das ist ein Only Run und der EP-Teiler wäre hier nur ein Klotz am Bein. Da behalte ich lieber die rote Haut im Inventar. Ach man. Haben wir noch einen Superschutz oder sowas? Da. Superschutz rauf. Okay, das müsste der letzte sein. Hoffe ich mal. Sodass ich dann, äh, nach Anemonia City kann. Und nach der Arena werde ich mich mal, beziehungsweise gucken wir mal, ein Lugier City kann man ja TMs kaufen. Und auch, ja, allgemein mal was wir im Rucksack haben, was denn, ähm, die Angriffskraft, beziehungsweise eine gute Fähigkeit für, ab meine Apokalypse wäre. Oh. Barvel. Ne, dich hatten wir schon. Okay. Hier unten noch jemand. Tatsächlich, da ist noch eine. Ja, die Karte der Strudelinsel, beziehungsweise deren Umgebung mit Tränen habe ich nicht wirklich gut im Kopf. Gestehe ich mal. Aber es scheint auch nicht nötig zu sein. Da, 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 da. Sehr schön. Zack, 42. Horrorblick. Ne, 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 Horrorblick brauche ich nicht wirklich. Ich will kein Pokémon fangen und, äh, zurückziehen. Bei den Hunden oder sowas ist das auch semi-optimal. Okay, eine Monia City. Wir sind da. Gehen natürlich gleich jetzt mal hier oben hin und, äh, begucken das, äh, Suikun. Na, Eusin. Komm, mach hin, ey. Du Lava-Backe, du. Schrecklich. Mystiker. Weißt du, Mystiker am Arsch, ey. Den hätten sie ruhig noch ein-, zweimal einbauen können mit so einem Fight. Das wäre ganz cool gewesen. Leider ist es nur einmalig hier. Weißt du, hätte er dann mal, hätte er einen Hypno gekriegt, einen Gengar und einen Elektroball, wie er hier ja schon hat. Aber das wäre cool gewesen. Hätte was. Naja. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Was war hier nochmal drin? Wer bist du? Ich sehe alles. Ich weiß alles. Gewiss kriege ich deine Pokémon. Was willst du hier? Du trafst Astro-Apokalypse hier. Naja, komm. Laberbacke. Fotostudio. Yay, nein. Der Schutz rückt nicht mehr. Das war der mit Potrot. Da war die Medizin, genau. Geheimtrank. Der Getränk ist ja geheim. Ja, deswegen heißt er ja auch Geheimtrank, ne? Welche Logik dieses Spiel Mysterium umgibt. So, Karnimani kann jetzt auch erstmal für eine Weile weg und wir brauchen Onyx. Denn Onyx kann ja, oder kriegt jetzt erstmal Stärke. Stärke. So. Gut, jetzt gucken wir mal eben. Was haben wir? Kopfluss kann er ja nicht, oder? Kannst du mit? Kannst du Kopfluss lernen? Nein. Walzer. Wir gucken einfach. Müsste auch nicht können. Gut. Blockdurft. Schaufler. Schwachsinn. Warum sollte er Schaufler können? Spukball könnte sein. Ne, auch nicht. Schade. Lehmschelle? Ne. Auch nicht. Angebrei. Anziehung. 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 Anziehung kann er lernen. Aber macht das Sinn? Für was denn? Ne, Quatsch. Ne, von den Sachen, die wir dabei haben, kann X-Bud leider nichts. Dann muss ich doch Team Rocket, ähm, in, ähm, in, ähm, in, ähm, in, ähm, Mahagonia City vorziehen. Und dann Matschbombe holen. Und dann mit Konfustrahl und sowas versuchen, die Gegner in der Arena von Jasmin zu besiegen. So, und hier haben wir das erste Knockout-Battle. Knockout-Battle kennt ihr ja auch alle. Knockout-Battle werden die Kämpfe genannt, wo ihr einen Trainer besiegt. So wie ich jetzt hier diesen Kigli-Typen. Schwarzgurt Xara. Und anschließend direkt der nächste Fight beginnt. Das sind Knockout-Battles. Davon gibt's hier im Original, glaub ich, relativ wenig. Ich glaub den einen und vielleicht noch einen. Wenn ich nicht mal weiß wo, aber viele sonst nicht. Lalalalalalalala. Schöne Erfahrung, ne? Worte sind Schall und Rauch. Lasst uns Fäuste sprechen lassen. Bufsen. Schon hast eine geschmiert gekriegt von denen. Ach wie schön die da und gehen hier, ist ja toll. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich Jasmin schon mal in die Arena holen. Aber dann nach Mahagonia City gehen. Da ich nicht die Lust verspüre gegen sie anzutreten. Ich wette mit viel Gegenheilen könnte ich sie auch besiegen. Glaube ich schon. Mit Kungfu-Strahl bis und gut. Aber. Nee. Ich mach erst die andere. Sehr gut. 43. Jedes Level ist natürlich, spricht natürlich viel X-Batt gegen den Fight. Vor allem dann auch wenn man mal bedenkt, was uns noch erwartet. Aber wir gucken jetzt nur auf die Gegenwart, nicht in die ferne Zukunft. Denn vor uns steht Hardwick, der Arenaleiter der Arena von Almonia City. Der erstmal einen Stein kaputt macht. Warum? Einfach so. Weil er es kann. Hätte er den Stein auf uns geschmissen, hätte er nicht mehr diese Probleme hier mit dem Kampf. Flügelschlag und Rasav down. Jo. Quappo auf 30. Wir sind 13 Level höher. Ein Flügelschlag reicht aus. Nice. Und der nächste Warden gehört uns. Tadadam. Ich hab das schon mal gemacht und ich mach es jetzt hier auch nochmal. Ich beklage mich doch etwas darüber, dass die alle nur, jetzt hier auch nur zwei Punkte sind. Pokes haben. Die Arenaleiterin Bianca hat auch nur zwei Normalpokes. Das ist zu wenig, Leute. So, eigentlich möchte ich meinem X-Bud nicht gerne Fliegen beibringen, sondern Flügelschlag behalten. Aber ich muss ihm Fliegen beibringen. Ey. Fliegen. Jo. Aha. 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 Ich muss aufpassen, dass ich natürlich jetzt nichts wegklicke, was ich noch gebrauche. Biss, Konfustrahl, Sternenschauer, Flügelschlag. Sternenschauer ist ja nicht wirklich eine... Die brauche ich aber noch. Ich mache Flügelschlag jetzt auch weg. Ist eigentlich logisch auch. Ja. Da darf ich nicht zu lange überlegen, sonst mache ich Fehler. Auf geht's. Äh, X-Bud erstmal. Zu lange überlegen birgt Fehler. Das würde ich natürlich vermeiden. Gibt zu langes überlegen. So, hier, Hypostrahl. D D D D D Vielen Dank.